So, dann kontrollieren wir jetzt einmal das Gewicht. Machen wir mal den kleinen Schreihals an. Langen weißen Strünfen. Wieder gehen wir kurz zurück. Wie? Noch einen Versuch. Eine Michale. 56. Das ist sehr schön. Du kommst hier rein. Da haben wir unsere Große. Da haben wir das Gewicht doch schon mal verdoppelt. Prima. Du kommst auch zu Mama. Ein kleiner Mann. 190. Und auch zur Mama. Na Mama? Ist okay. Oh, komm mal her. So. 190. Wolltest du schon auf die Hand krabbeln? Oh, komm, ich helf dir. Hobsa, sabelt. Machst du das alleine? Ja. Und hier haben wir noch einen kleinen Schatz. Noch mehr. Kleinen Moment. Dann musst du sitzen bleiben. Dann seh ich hier nix. 156. Alles klar. Da sind nichts. Nicht so. Da sind doch gut. Vielen Dank.